Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, weiter geht's. Ja, wir machen noch eine Folge Jakku, danach geht's dann weiter mit dem nächsten Bonus-Level. Oh, kann ich verstehen. Wenn du unser Eis wieder findest, dann sind wir dir nicht nur dankbar, sondern du darfst sogar mal kosten. Oh ja. Aber ich möchte 50%. So. So, um das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen. Ach, guck mal, wir können ja hier Ray's Speeder nehmen, ne? Der ist doch cool. Oh Gott, der ist ja langsam im Gegensatz zu den anderen, wobei es geht schon. Guck mal, richtig authentisch. Als Ray-Schrottsammlerin mit Ray's Speeder. Oh, oh, oh. Auf frischer Tat. Was machen denn so viele Sturm-Fuppler hier? 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 Alter, der mit dem Karate-Kick hat gerade unseren Trecker kaputt gemacht. So ein Arsch. Natürlich nicht, aber könnte es in einer anderen Situation zum Beispiel, in der Eis für uns lebensnotwendig wäre. Was für ein Spacko. So, hat keine Aufgabe mehr oder wie? Mein Fuß ist eingeschlafen, ausgerechnet. Kannst du mir einen großen Gefallen tun? Mein Fuß kribbelt ohne Ende. Deshalb kann ich meinen Bloggin nicht ausreiten. Dabei muss ich ihn für ein echt wichtiges Rennen trainieren. Wenn du ihn über den Kurs scheuchen würdest, stünde ich tief in deiner Schuld. Bis ich dir die Belohnung gebe, dann werden wir quitt. Wo er recht hat, hat er recht. Ach, das ist ein Bloggin. Ich glaube, es gibt keine dämlichere Art, sich vorzubewegen. Das wäre gut. Nein. Du hast ihn wirklich ordentlich trainiert. Dieses Kribbeln. Hier ist die Belohnung, von der ich gesprochen habe. Ach, mein Fuß ist immer noch eingeschlafen. Ist das normal? Kannst du zum Arzt gehen? Nein. Du musst mir helfen. Ja. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Diese Nachtwächter. Du musst mir helfen, ja? Okay. Warum? Was ist mit den Nachtwächtern? Okay. 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 Oh, was ist das? Sauber, die lassen uns nicht. Okay, wir haben doch den Hux gekauft. Oder hatten wir den nicht? Ich glaube, wir haben den Hux mal gekauft, ne? Okay, wir hatten den Hux nicht gekauft. Was ist denn mit Kylo? Ah, ja. Das hätte der Hux bestimmt auch nicht geschafft. Okay. 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 Sehr gut. So. 44 von 250. So. Er hatte noch irgendwas mit Nachtwächtern. Die ist aber jetzt nix grün. Ah, da Pech. Hier ist es zum Level starten. Jo. Ach, jetzt sehe ich hier... Ja. Nehmen wir mit. Perfekt. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Haben wir den jetzt? Da ist er doch. Nicht, dass der despawnt. Das weiß ja noch. So. Der will gekauft werden nur, oder? Ja. Tut mir jetzt leid. So. Geht jetzt nicht. Der ist aber eilig. Okay. Okay. Das ist ja total entspannt und beruhigend. So. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Also diese Folge kommen wir super voran. Richtig gut. Karbonitstein. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Der möchte gekauft werden. Hier wird noch irgendwas sein. Hier wird noch irgendwas sein. So. Gut, dass der da ist. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Hier waren wir schon mal. 15. Aber man kann gut Stats dabei einsammeln, ne? gut. Weiter geht's zu dem Schlaflosen. Wie, das was? Noch nicht? Wie, das was? Noch nicht? Oh, Entschuldigung. Was ist das? Ach, ist das vielleicht? Nein. Flammentruppler. Den möchte ich unbedingt haben. Ah, den möchte ich unbedingt haben. Den brauchen wir auch für den Eisblock. Von daher. So, wo ist er jetzt? Der hier, ne? Wuhu. So, und was kann der noch? Ach, der kann auch goldene zerstören. Und wie? Kann der das nicht auftauen auch? Ah, viel Schaden macht der ja auch nicht, ne? nur. Ah, irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir… ich weiß nicht, die Quest dann gar nicht so richtig abschließen können? Und auch annehmen. Also irgendwie ist das immer komisch. Alles voller Symbole, aber wir können hier eigentlich nichts mehr machen. Das mit den Wegpunkten geht auch nicht. Und eigentlich haben wir das hier abgeschlossen. Das ist doof. Ich glaube, hier muss ich sterben. So. So, und jetzt müssen wir unsere Stats aber wirklich aufsparen. Okay. Oh, ne, den ist hier so einer. So, ist hier, sind wir hier noch nicht fertig? Ach, die müssen wir auch noch... Ah, okay. Ah, okay. Meine Schuld. So, Belohnung. Haben wir bekommen? Bekommen wir noch? Ah, ja. Goodie. Das Symbol wird immer noch angezeigt, ne? So, ich würde ganz gerne noch das so machen, dass wir hier mit 50 goldenen Blöcken rausgehen, ne? So, hier gibt es definitiv noch was zu holen. Ups. Ah. So, irgendwas cooles. Ist nicht so übel. Ist nicht so übel. Klingt aber komisch. Klingt aber komisch. Das ist eigentlich, kann man... Ist jetzt nicht so superschnell, dass man das nicht steuern kann. Das kann schießen. So. So, Zivilisation. Oh, noch ein Rennen. Sehr nice. Nehmen wir mit. Oh, ja. Guter Start hier. Oh, oh. Wurde es ja mal richtig knapp. Oh, oh, oh. Immer so leicht. Und jetzt versauen wir es, oder wie? Okay, jetzt sind wir hier wieder... Oh, locker. Dabei. Ne. Gibt's ja gar nicht. Was für ein Fail. Jetzt weiß ich ja nicht mehr, wo wir das angenommen haben. War es nicht hier irgendwo? Egal. So. Können sie das etwa nicht? So, Nummer 50. Nichts für ungut. Okay, Leute. Wir machen ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's weiter. Und nächste Folge werden wir dann... Ähm... Ja, nächste Folge werden wir dann mit dem nächsten Level weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dann. Bis dann. Los geht's. Dhiren. Ja, día.